und herzlich willkommen zu herr der ringe schlacht um mittelerde parnummer 737 wir sind mitten im kampf aber wir werden es schaffen bilder einschätzen wir haben so viel geld bekommen 10.000 millionen einheit mann wir haben so viele ressourcen alles niederreißen den kampf hätte ich auch wiederum gerne bei den guten gehabt aber war nicht drin war nicht drin ich weiß nicht was war aber war nicht drin das ist einer dieser gezichteten irren das ist einer dieser gezichteten irren easy run wir müssen dadurch leute kommt ihr schafft es wir müssen nur ein bisschen kondinierte jahre dran gehen zwischen der ton geht noch auf die eier du wirst das wissen mach mal den weg hier das ist einer dieser gezichteten irren auf ihn los das 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 ist einer dieser gezichteten irren das weg das weg das weg das weg das weg bitte komm mal weiter kommt schon das ist einer dieser gezichteten irren das ist einer dieser gezichteten irren das ist einer dieser gezichteten irren aufwachen die neuen waagreiter sind da schneller Was ist das? Das ist einer dieser gezüchteten Irren. Das ist ein Hund. Macht euch kampfbereit! Das ist einer dieser Risse. Zurück, Männer! Also ich würde mich zurück sehen wie er gesagt hat. Das ist ja dieser Risse. Hier weg, Irren. Der Feig greift uns an! Ich schrieg langsam Hunger! Vorwärts! Das ist einer dieser gezüchteten Irren! Komm schon! Weiter! Auf Sie! Sie machen gar nichts, komm mal! Wie ist immer, wenn wir uns das spielen. Normalerweise auch nicht. Das ist einer dieser gezüchteten Irren! Das ist einer dieser gezüchteten Irren! Das ist einer dieser gezüchteten Irren! Heute kosten wir Menschenfleisch! Wir greifen weiter! Weiter! Da hin und her! Wir wissen aber nicht, was die machen, ne? Das ist einer dieser gezüchteten Irren! Das ist einer dieser gezüchteten Irren! Das ist einer dieser gezüchteten Irren! Lass sie! Lass die Balliste hier weg! Wir brauchen Platz, Platz, Platz! Das ist einer dieser gezüchteten Irren! Das ist einer dieser gezüchteten Irren! Das hört ja gar nicht auf hier! Das ist einer dieser gezüchteten Irren! Mach mal hier weg hier die Scheiße! Und du machst voll das Angriff da drauf! Bei mir! Bei mir! Bei mir! Bei mir! Bei mir! Wir greifen uns an! Ah! 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 Zielen! Da kommt er! Was greift mich denn dran? Was wahrscheinlich? Du wirst weg! Oh! Oh, was machen wir hier? so viel geld hatte ich noch nie ich röste jetzt noch alles hier auf dann denn der jackpot zurück ich lasse das ding jetzt extra da dann kann ich noch ein bisschen aufrüsten wenn ich Bock habe neue einheiten macht er neue gebäude baut er sowieso nicht hoffe ich zumindest zack 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 zielen hier ist auch noch so ein gebäude ihr macht was ich sage weiter weiter beeilt euch so dann macht er weg was geht denn hier schneller weiter weiter sonst habe ich nicht normale einheit mehr ne interessant nur noch die gepuschten wagen und die wir werden angegriffen machen wir uns auf die jagd schneller na gut die wölfe im zaum reitet wölfe die wölfe verschont niemanden wölfe wölfe im zaum nehmt eure wölfe die wölfe 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 Die sind wie ich, die wittern Essen. Ja, dann ist nur noch das hier oben. Habt ihr alles? Ich denke ja, ne? Haben wir auch alles. Riecht dir was? Nee. Ich riecht nichts. Überlass den da mir. Wechsel mal auf dem Nachkampf. Rohans Gold in der Halle. Jetzt haben wir aufgepuschte Einheiten. Wir vernichten alle Feinde Saurons. Alle Feinde Saurons. Dieser Trailer in Hot Diamond. So, was sagst du jetzt, Boss? Rohan wird in der Dunkelheit versichern. Gut, ich würde mal sagen, das war Part Nummer... ...Roh... ...37 von Herderingeschlacht mit der... ...bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ... ... ... ...